So, jetzt gehen wir rüber, da rüber auf andere Bildschirme, Achtung, und hier ist es mal, so. So, da ist sie, also ich gehöre noch zu denjenigen, die das Schiff, ich habe es selber nie gefahren, ne, also ich habe es aber noch in Division mit mir fahren sehen, ja, die damalige Version, die 2015, als ich in der Open Beta angefangen habe zu spielen, im Juli 2015, war das Spiel, war das Schiff schon aus dem Game Client raus. Das wurde nochmal versucht, das Schiff nochmal reinzubringen, über eine Belohnung für das Abschneiden der ersten Ranked Season, meine ich, war das noch, das war im Winter 2015, haben diejenigen, die Rang 1 gekriegt haben, das über einen bestimmten Leihzeitraum, das Schiff nochmal gekriegt. Und dadurch hatte ich die Gelegenheit, da halt nochmal Divi mit jemandem zu fahren, der halt dieses Schiff in diesem Leihzeitraum hatte. Das hatte damals aber noch andere Spezifikationen, war damals auf Tier 8, ihr seht, es ist jetzt Tier 10. Und es hatte damals anstatt 15 Kilometer Tops, 10 Kilometer Tops, ne. Und, ähm, soweit ich mich erinnern kann, auch keinen Smoke, das heißt, damals war das Ding halt wirklich, es war ein One-Track-Pony, ne, du bist nach vorne gefahren, hast deine Tops abgeworfen und, ähm, bist meistens dann auch schnell rausgegangen, wenn du nicht irgendeine Trap gebaut hast oder so. Aber gehen wir jetzt erstmal hier drauf ein. Das ist im Prinzip eine Kuma, ne, also wer schon Tier 4 bei den japanischen Kreuzern, die mit der Kuma mal rumhantiert hat, das ist quasi die Kuma, ne. Nur halt hier am Hinterdeck Sachen abgebaut und Sachen dran gebaut. Und zwar... Fritze grüßt dich, Blade Dragon grüßt dich. Und zwar haben wir hier 5, äh, 4-fach Torpedowerfer auf jeder Seite, ähm, die dadurch halt, äh, 20 Tops ins Wasser legen, pro Seite. Ähm, diese Tops, äh, sind jetzt in dieser Version 15 Kilometer, äh, an Reichweite stark und 57 Knoten schnell und machen einen Schaden von 15.633 maximal. Ne, ne, das ist jetzt nicht wirklich viel für Tier 10, äh, aber da macht's halt einfach die Masse, ne. Das Ding hat keine Panzerung, ne, das sind 16 Millimeter, ähm, hat überhaupt keine AA und hat 28.000 HP. Ne, also so gut wie, das ist also von Kreuzern her der Kreuzer mit der geringsten HP-Anzahl dann. Der kommt auch erstmal, ne, in den Super-Test, ja, ab 9.7, ne. Das heißt, ähm, ihr werdet da mit Super-Tester und CCs, äh, rumfahren sehen, die davon aber, die CCs wahrscheinlich sehr lange keinen Live-Content, weil das Ding wird wahrscheinlich lange getestet. Ich kann mir im Moment bei den ganzen, ähm, Charakteristiken, da können wir gleich näher noch drauf eingehen, nicht vorstellen, dass das Schiff so ins, letztendlich dann reinfindet, weil es ist so halt heftig. Ähm, sie hatten, äh, sie geht bei 10.6 auf, ja, das kriegt man noch runtergedrückt auf 8 noch was. Also ich kann direkt sagen, die Tops, äh, kriegt man schon durch das, äh, durch das Schiffsmodul schon auf über 60, ohne, ohne jetzt Kilometer Reichweite einzubüßen. Wenn man da jetzt noch den Top-Beschleuniger drauf hat, kriegt man die ungefähr so auf 67, 68 Knoten bei 12 Kilometern. Ne, 20 Stück pro Seite, ähm, ja, ne, das Ding geht bei 8 Kilometern auf, ne. Ähm, und gehen wir mal in die Charakteristiken rein. Und sie kriegt dazu noch super narrow, narrow, ähm, ja, Torpedo-Spreads. Ähm, der Smoke-Generator ist da schon besonders interessant, weil da kann man schon rauslesen, dass dieses Schiff, ja, im schlimmsten Falle nur um die, ja, 40 Sekunden vielleicht ein bisschen weniger sichtbar ist. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr, aber wirklich nicht sehr lange, weil es dann direkt den nächsten Smoke reinhauen kann. Ähm, muss man mal sehen, wohin das führt dann. Ähm, ja, die Tops gehen auf bei 1,9, das ist schon recht früh. Ne, da macht's aber einfach die Masse. Ne, und dadurch, dass man halt auch noch Zugriff auf einen engen Spread hat, einen sehr engen Spread, kann man das halt auch auf einen sehr engen Platz, äh, drauf, drauf ziehen, die 5, die 5 Vierfachwerfer pro Seite. Also die 20 Stück, die dann dabei rauskommen auf einen sehr engen Platz. Ja, da ist dann auch nicht mehr viel mit Ausweichen einfach, oder, oder, ne, egal, ob du sie dann früh genug siehst, du hast keine Chance auszuweichen dann, ne, da ist dann nix mit Just Dodge. Das ist dann, äh, schon heftig. Ähm, ich muss sagen, wir haben aus Scherz und auch als Meme immer wieder, als CCs auch zu WG und immer wieder wurde dieses Schiff gewünscht, ja. Dieses Schiff ist ein absolutes Meme. Ähm, ich, ich hab auch irgendwie so eine Seite irgendwie, natürlich, ne, ich würde dieses Schiff gerne haben, aber nur für mich selber auch, nur dann, wenn kein anderes hat, ne, so, das ist so das, wie man dieses Schiff haben möchte. Ob ich das Schiff jetzt in einer, in einer Großansammlung wie Smolens sehen möchte, weiß ich nicht, so, ne, da gibt's halt auch so die Seite, die dann sagt, so, uff, ne, das, oder auch im kompetitiven Bereich, so, äh, in einem 7er, 7er-CW, äh, zwei, vier Kita-Kamis plus zwei Haarlands und ein CV, ja, gute Nacht. Das sind so ein paar Sachen, also da von einer Dreier-Division, 60 Tops pro Seite, das heißt, 60 Tops, dann drehen die Schiffe und nochmal 60 Tops auf 15 Kilometer, oh, uff, ne, das sind so Dinger, ähm, da hoffe ich, dass das halt über die Testphase nicht dabei bleibt oder dass da irgendwelche Restriktionen für die Divisionen eingeführt werden, das nicht mehr als eins davon, äh, überhaupt vielleicht ein Match sein kann, weil die, oh boy, oh boy, weil, ne, natürlich, das Ding, äh, wenn es aufgeht, ne, ist das Ding weg, ne, es hat 16 Millimeter Panzerung, das ist eine Kuma auf, auf Tier 10, ähm, das Ding ist äußerst, äh, vom Rumpf her äußerst schmal, also alles, was ein sehr hohes Kaliber hat, wird da wahrscheinlich nur hemmungslos durchziehen, ja, und nur noch 10% Schaden machen an dem Ding, wenn überhaupt, ähm, weil da halt alles durchrauscht, ähm, dazu hat es eine relativ kleine Silhouette, das Ding ist knapp größer als ein Harugumo, ist aber deutlich schmaler und kleiner als zum Beispiel eine Smolens oder andere Kreuze der Art. Ist natürlich so ein Schiff, ne, so, wenn man das halt früher miterlebt hat, äh, hat man das einfach nur mal gern so gehabt für sich so, ne, ich hätt gern mal ne Kita kam, ich würd gern mal, ne, so richtig 20 Tops raushauen, drehen nochmal 20 Tops raushauen, ne, aber bei 10 Kilometer warst du damals schon darauf angewiesen, dass die Feinde auf dich zugefahren sind. Bei 15 Kilometern und Smoke bist du darauf nicht ungefähr angewiesen, das heißt, du, du kannst auch Schiffe, die von 10 Kilometern auf 15 Kilometer wegfahren wollen, wenn du jetzt nicht unbedingt den, den, äh, komplett auf Torpedobeschleunigung gehst, sondern die 15 Kilometer beibehältst, aber das Modul drin hast, kannst du mit 62 Knoten Tops schon Leute ärgern im Wegfahren, so bis 15 Kilometer, vor allem in der Masse der Tops, ne, also da muss man halt wirklich nicht genau zielen, ne, da machst du bumm, 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 bumm und dann hast du da halt einen riesen Teppich. Das ist schon, äh, so, ne, ist zu einerseits, wenn man drin sitzt, eine coole Geschichte, so, ne, macht auch bestimmt mega Bock in der richtigen Divisionszusammenstellung, wenn du noch jemanden dabei hast, wie eine Haaland, der für dich spottet und auch noch die AA macht, oder ein CV, der dir hilft, noch dabei, ähm, yo, kann man auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß haben. Ob das Spaß macht hier, ne, dagegen zu spielen, so, ne, das fragt man sich ja auch hier, ne, Also, man will schon sicher gehen, oder, ne, dass die nachher dann auch die Änderungen kriegt, dass es nicht nur mit ihr, sondern auch gegen sie Spaß macht, weil da würde ich allerdings schon direkt vorschlagen, Leute, geht wieder zurück auf die 10 Kilometer, so, ne, dann ist es halt ein One-Trick-Pony, High-Risk, High-Reward, aber das ist halt schon so ein bisschen too safe, ne, also sich so auf 12, 13 Kilometer aufhalten, außerhalb von Radar-Range und trotzdem noch die Radarschiffe, die vielleicht stationary sind, ähm, die stationär neben der Insel sind, ey, nicht zu meinem Cappuccino, ähm, dann halt mit engen Teppichen belegen zu können, aus 20 Torps, ähm, ja, ja, also ich fände es schon schöner, dass die sich, wenn die mit 10 Kilometer Tops ausgestattet wäre, dass die sich zumindest innerhalb des Radar-Bereiches, äh, der russischen und auch teils, äh, ja, ich weiß gar nicht, gibt es auch ein amerikanisches Schiff, was im größeren Reichweite, auf jeden Fall in, in Radar-Reichweite im kompetitiven Bereich bewegen müsste, weil so mit Smoke und, äh, und der richtigen Zusammenstellung in der Divi, könnte das halt, ähm, ja, ähnlichen Effekt wie die Smolenska, so, ne, im Heidia-Gefecht. Und, äh, andererseits ist es natürlich, also, wenn man das Schiff, äh, Schiffe Dublonen bringt in den Shop, ich glaub, uff, ich würd sagen, also, ich glaub, dann macht WG mal das, ich glaub, never seen before, äh, so much money. Die hat 5x4, Mr. Dahlia, die hat 20 pro Seite. Und also, ne, 1, 2, 3, 4, 5 und das auf der anderen Seite nochmal und jeweils Cruduple, also vierfach, ne. Ey, Rusty, grüß dich, du Knöpfchen-Gott. Und auch die anderen, die dazubekommen sind, Lanzelort, grüß dich, Brandi, grüß dich, Mensch, Marv, grüß dich. Also, ne, es ist natürlich da halt die Frage, wie das Schiff ins Spiel kommt. Kommt's für Stahl, vertut man vielleicht die Chance, damit richtig Geld zu machen, so, ne. Und ich gönne WG ruhig, dass sie Geld damit machen, so, ne, da hab ich kein Problem mit. Ähm, wenn man's für Dublonen in den Shop bringt, Bruder, ich weiß, das ist meistverkaufsgeschiff, Everst. Ähm, sollte das für Kohle kommen, oh, dann, glaub ich, hätten wir irgendwann so ein Overpopulation-Problem wie mit der Smolenzen und es müsste irgendwann komplett rausgenommen werden, dass man's dann gar keiner mehr kriegt. Das, äh, wäre, glaub ich, die schlechteste Lösung, glaub ich. Ähm, für Free XP würde man, glaub ich, ja, würde man zu viel verschenken. Oder wenn's in der, ja, was ich vielleicht am, am ehesten noch denken könnte, dass das halt in der Werft kommt wie die Puerto Rico. Und dann in einem ähnlichen Preisrahmen man sich dann diese Dublonen-Booster kaufen kann. Das wäre meiner Meinung nach, äh, glaub ich, das Modell, was, glaub ich, am ehesten in Frage kommt. Obwohl ich nicht weiß, ob das vom Bauprozess her überhaupt ein interessantes Schiff ist. Schnell, Merkel, ja, Mann, ich bin halt Schnellmann. Ja. Ja, und es ist halt, es ist halt für mich auch bei 15 Kilometer Torps ist es natürlich auch die Gefahr groß, dass jemand hat halt einen schlechten Tag und will's mal irgendwie so, ne, hat das Gefühl, die ganze Zeit gemobbt geworden zu sein. Fährt dann raus, wartet die zwei Minuten, wenn er mit dich dann irgendwie von seinem eigenen Team spawnt und haut einfach nur mal so schön aufs eigene Team. 20 Torps noch da, 20 Torps noch da. So, die Gefahr besteht natürlich auch und das war der eigentliche Grund, weswegen dieses Schiff damals halt auch aus dem Client genommen worden ist, 2015, weil, ähm, das zu viele Team-Torps, äh, äh, produziert hat, das, das Schiff. Weil durch diese Masse an, 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 an Torps hat es sich anscheinend, wenn man dieses Schiff gesteuert hat, wie gesagt, ich hab das Schiff selber nie gefahren, aber, naja, es ist schon so geil, so viele Torps rauszuhauen, dass man eigentlich nicht damit sparen will, so, ne. Und dann entwickelt man so eine King-Richard-Philosophie, ja, äh, äh, ja, aber dann triffst du doch auch den eigenen Mann, ja, aber den Gegner auch, so, ne, so, hast drei Schiffe rausgeholt, eins war das eigene, zwei waren die Gegner, Mission accomplished, so, ne, ähm, dass die Gefahr besteht bei dem Schiff, ne, deshalb hoffe ich, dass es halt nicht unbedingt für Kohle ins Spiel kommt, so, ne, und dann halt in einer sehr breiten Masse schnell zugänglich gemacht wird. Only just for fun, so. Weißt du, ähm, keine Ahnung, wenn der für Dublone in den Shop kommt, dann kann er ruhig teuer sein, ne, diese Dame, mit, mit ihrer unglaublichen, äh, Trollpower, weil das, es ist halt so viel einfacher, einfach mal irgendwie ranzufahren, wenn die Dinger geladen sind und einfach nur mal rauszuwerfen, so, ne. Und das halt mal zwei, drei Mal auf einer Seite, wenn dieses Ding erscheint, werden es wahrscheinlich vier, fünf auf einer Seite sein am ersten Tag, ähm, wenn das halt breit zugänglich gemacht wird, ähm, ja, ne, da hast du dann so eine Seite auf der anderen, Entschuldigung, auf der einen Seite, ne, hast du selber Bock mal mit dem Ding rumzufahren, auf der anderen Seite denkst du dir dann nur so, uff, ob das so gut fürs Spiel ist, so, ne. Weil ist egal, ob das Ding nachher leicht rausgeht oder nicht leicht rausgeht, ne, das hängt ja auch davon ab, wer es fährt, ne, aber 20 Tops kriegst du auf jeden Fall erstmal raus, so, ne, das Ding wird das meistgejagteste Schiff sein, so, ne, noch vor der Smolensk, weil erstens mal so leicht rauszuholen, wenn es einmal sichtbar ist, zweitens mal auch so brandgefährlich, wenn es einmal in Position eine Area volltorpen kann. Das ist halt, ne, sowas, wo ich mir denke, please don't give it everyone, ne, deswegen, äh, aber wenn man dieses Schiff sieht, kann man eigentlich nur kichern, ne, und sich denkt, oh, demnächst darf ich das fahren, so, hi, 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 so, tut mir leid, so, da ist, glaube ich, jeder Spieler gleich, ne, ich glaube, jeder Spieler würde das Schiff gerne im Hafen stehen haben, einfach nur mal für den Fall, dass man es mal, einfach mal, man würde gerne mal 20, ich würde gerne mal 20 Stops raushauen, so. Ja, ja, ich, ich finde halt, dass, um das Schiff fair zu machen, sollte es wieder auf 10 Kilometer Tops runter, ne, also höchstens 12 Kilometer Tops, es sollte aber, sollten Tops sein, die die Reichweite des Radars auf Tier 10 nicht überschreitet, das sollte nicht 3 Kilometer Range haben, um torpen zu können, ohne Gefahr zu laufen, auf Radar zu werden, das ist halt, oh, uff, also jemand, der das dann später fährt und versucht gut zu fahren, wird das Ding sehr vorsichtig ans Schlachtfeld rantasten und am besten erst mal checken, wo denn die ganzen Positionen sind, vor allem der Radarschiffe und der Schiffe, die einen aufdecken können und das Ding auch nicht alleine fahren, irgendwie blind in die Wallachai hinein, sondern mit einem Schiff, was schneller ist und spotten kann voraus, wahrscheinlich noch mit guter RA, in der Haarland wäre der perfekt, das ist schon, das gibt dem Schiff schon eine andere Gefährlichkeit. Ja, es hat nur 28.000 HP, ne, also, das ist halt mit Abstand das wenigste auf dem Tier, ne, 16 Millimeter ist halt auch, wie gesagt, das ist Tier 4, ne, für Tier 4 ist es so super, da ist halt auch schon gefaltete Pappe, ne, also wer Tier 4 mit Akuma gefahren ist, der weiß Bescheid, wie schnell das Ding rausgeht, ne, da brauchen wir nicht drüber zu reden, bei Tier 10 haben die, äh, haben die Schlachtschiffe aber zum Beispiel so hohe, äh, so hohe Kaliber, dass die zum Beispiel alle durchrauschen mit Overpen, also das wird wahrscheinlich dann ähnlich schwierig wie bei der Smolensk. Kreuzer werden das Ding wegnaschen, ähm, und Zerstörer werden das Ding auch Zitadellen, ne, das ist also eigentlich nichts anderes als ein zu groß geratener Zerstörer, ne, auch von den Ausmaßen und von der, äh, von der, von der Rumpfgröße, ne, auch ähnlich eher mit einem Zerstörer vergleichlich. Ne, also eine Tiny Tims können die wohl auch komplett Zitadellen, ähm, ne, die Roosevelt wird wahrscheinlich dafür auch ein sehr guter Konter sein, ähm, ja, ne, müssen wir mal abwarten, man wird's dann halt ab 9.7 sehen, wenn die Dinger dann halt im Random auftauchen, bei Supertestern, Clans, die halt im Supertest angeschlossen sind und uns CCs, wenn wir halt, ähm, äh, wie ist man, off, äh, offstream damit rumeiern, ähm, also ich freue mich, das Ding zu testen, aber ich, ich glaube, es wird schwierig dann fürs Spielniveau, äh, Tier 10, weil im Zusammenhang mit dem, mit dem amerikanischen Kreuzersplit jetzt und den langsamen amerikanischen Battleships, die kommen, ist das natürlich eine Traumbeute für Nikita Kami, ne, also, ähm, ja, es ist halt jetzt schon so, dass, dass jeder, ne, wenn man das Smolens sieht zum Beispiel, da direkt Seiten gewechselt werden und das ist halt ein Schiff, was ähnliche Effekte produzieren wird, dass die Schiffe halt noch mehr hinter Inseln warten, bevor sind so ein 20, äh, 20er Schwall reinfahren, ne, also ich liebe die Kuma, die Kuma ist geil, ne, also davon abgesehen, ne, also ich, ich, äh, ne, ich war auch einer, der immer gesagt hat, ne, so aus Scherz und Meme und so, gibt Kitakami so, ne, so ob es Sehalis oder Chrysantos ist oder etc., ne, ähm, aber interessanter Move, das Schiff jetzt aus der Schublade zu holen, hätte ich nicht mit gerechnet, so, ne, weil es ist wirklich das ultimative Ass im Ärmel, so, ne, das ist halt, das Schiff ist eine Legende innerhalb der WOWS-Gemeinde und diese Legende jetzt wieder auf den Meeren zu sehen, hinterlässt so ein bisschen gemischte Gefühle. Ein Sneak Peek, ich könnte euch höchstens alte YouTube-Videos zeigen, äh, zum Beispiel gibt's, glaub ich, ein Video von Jingles, ähm, wo er damals mit dem Ding rumgeeiert ist oder ein Video darüber gemacht hat, 2015, als das Ding, äh, in der Alpha oder der Closed Beta war, ähm, ja, ne, ja, vor allen Dingen, die Zita erstreckt sich quasi von hier bis quasi hinten, die ist riesig und die ist quasi, da gibt's keinen Schutz für, für die Zita, das ist quasi, die Zita liegt außen, ne, das ist, also wer auf Tier 4 schon mal auf eine Kuma geschossen hat, der weiß, wovon ich rede, das Ding platzt wie ein Luftballon, ne, ähm, allerdings sind da die Kaliber auch geringer und, ja, ne, ja, hatten bis vor kurzem auch noch alle, also bis vor kurzem war ja auch ein sehr öffentlicher Test für die U-Boote, ähm, da müssen die aber auch noch eine Menge machen und das haben sie auch von sich selber gesagt, dass sie das auch erstmal machen, das, was sie alles machen müssen, bevor sie das einfach so ins Random integrieren, weil sie möchten, dass möglichst alle damit zufrieden sind und das war beim letzten Mal immer noch weit von Balancing entfernt, da war einiges viel zu stark und einiges viel zu, äh, naja, unlogisch auch teilweise, aber es ist auf einem guten Weg, finde ich, ne, also vom, von den Tests, man muss ja auch so die ganzen Testphasen so nacheinander sehen und da, finde ich, sind sie auf jeden Fall auf einem guten Weg, ne, da müssen auf jeden Fall aber noch ein paar ganz wichtige Sachen gebalanced werden, ansonsten geht das halt schief, ansonsten, ja, brennen die Bäume quasi, das hier als Torpedo-Nachschub-Schiffchen, ja, es wirkt ein bisschen wie ein Support-Schiff für die Ds, ne, wo die ihre Tops aufladen können, so, ne, es ist halt, was, was ich halt befürchte, ist halt, Torpedos abwerfen ist halt so viel einfacher, als Leute jetzt wie mit einer Smolens mit HE zuzudecken, ne, und dann einen Smoke ziehen kann auch jeder und das Schiff drehen kann auch jeder und dann nochmal 20 Torps raushauen, das ist halt so, ja, ne, es gibt sicherlich auch diejenigen, die da mit reinjolonen werden, direkt platzen werden wie eine, wie eine, wie ein, ne, wie ein Luftballon, aber wenn da welche sitzen, wenn das Ding für Stahl rausgeht, kann man eher davon ausgehen, dass man versucht, damit auch möglichst viel Schaden anzurichten und viele davon im Game können auch, ja, also ich glaube, das ist das Traum, der Traumkonter für jeden Lemming-Train, ne, jetzt mal so gesagt, ne, wenn so ein ganzes Team auf einen Cap und auch noch aggressiv da reinpusht, juhu, 20 Torps, einmal drauf, so, ne, ich glaube, damit, mit dem Schiff kann man halt auch Rekorder aufstellen, ne, also es gibt halt auch eine Seite in mir, die will sowas sehen, ja, volle, reine Lust am Spektakel, ne, weil das Schiff, ja, mit diesem Schiff werden ganz bekloppte Sachen möglich sein und werden wir ganz verrückte Sachen sehen, mit, keine Ahnung, dreifach, vierfach Kills, etc., ähm, das kann, ne, diese Masse an Torps ist halt schon heftig, ne, und davon halt eine Divi vielleicht, wenn das nachher möglich ist, von zweien oder dreien davon, ähm, die das koordiniert machen, ähm, Potential ist da, also, aber richtig, ne, also, da bin ich auch sehr gespannt auf die dann, auf den dann entstehenden Content da draus, so, ne, aber wie gesagt, ne, also ich fände, glaube, das gesündeste fürs Spiel wäre, wenn das fürs Stahl kommen würde, ähm, das beste für WG wäre, glaube ich, wenn das für Dublonen kommt, ähm, und ich glaube, die schlechteste Lösung wäre für Kohle oder FreeXP, na, das wäre, glaube ich, die schlechteste Lösung für alle, ich glaube, dann gäbe es irgendwann so den Punkt, wenn das wirklich mit den Daten reinkommt und, äh, ja, bei der Smolensk, die ist dann letztendlich dann auch so ins Spiel gekommen, so, ne, wenn es dann halt bleiben sollte bei, nehmen wir mal den schlimmsten Fall an, ja, dann könnte es schwierig werden, wenn man fällen grüßt nicht. Ne, ich darf halt das Schiff auch dann, wenn ich es dann, äh, bei 9.7 in den Hafen kriege, als CC, darf ich es halt fahren, aber ich darf mit euch nicht über meine Gefühle darüber sprechen, wie es ist, damit zu fahren, ähm, ich darf mit euch über die Daten sprechen, auch wenn sich natürlich, vor allem, wenn sich die Daten des Schiffes ändern sollten, ne, ähm, ich darf euch aber weder Content dazu produzieren, noch darf ich euch meine Gefühle zu dem Schiff mitteilen, ähm, bis das Schiff einen Status erreicht hat, wo ich es auch öffentlich zeigen kann, dann kann ich euch auch über meine Gefühle darüber berichten, ich kann euch nur über meine Gefühle darüber berichten, wie es war damals mit so einem Ding zu fahren, ja, und ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie viele Tops das sind, also so, ne, so im Spam, so, ne, das ist schon heftig, das ist schon, ne, anders und wenn man, wenn das Schiff halt jetzt auch noch einen Spread kriegt, der noch enger ist, ja, ich verstehe das halt eher nicht so als, ne, hier steht halt to balance, Kitakamis Effizienz, Effizienz, ich finde das ist halt nicht unbedingt ein, das ist halt eher ein Buff, ne, zu eng und sehr eng, äh, Torpedo Spreads Zugang zu kriegen, ist halt schon eher ein Buff für das Schiff, ne, weil 15 Kilometer Tops, die du auch noch eng legen kannst, ist halt, uh, also das sollte sowieso, wenn das nicht rauskommt, dann muss auf jeden Fall, die, die Reichweite muss sowieso runter, also das ist too much, drei Kilometer, Stealth Topping, äh, äh, ne, wenn man es jetzt streng nimmt, uh, Mr. Dahlia, vielen lieben Dank für deinen Follow, herzlich willkommen. Ja, ist natürlich ein Meme-Shift, was jeder geil findet und jeder haben will, ne, aber es ist dann so, willst du es denn in Massen auf dem Meer sehen, so, und dagegen spielen, so, ne, gegen, womöglich zwei, drei in einem Gegenteam, ne, das ist halt schon so eine Sache, so, als CV würde ich mich darüber auch nicht unbedingt freuen, weil du durch den Nebel so viel Zeit verplemperst, äh, dieses Schiff dann dran zu kriegen, wenn es da mal offen ist, ja, für die 30, 40 Sekunden, ähm, dass du dann halt, äh, die DDs sich im Gegenteam natürlich auch super freuen, weil du da irgendwo in der Wallachei rumfliegst, um irgendeinen Nebel rum und die da machen können, was sie wollen dann vom Gegenteam, ne, das heißt, so muss man, es ist ja auch immer Zeitmanagement, ne, hält man sich an so einem Ding auf als CV, muss ich sagen, weiß ich noch nicht, ob ich da sofort Priorität drauflegen würde als CV-Spieler, ich glaube, mir wäre dennoch, der, der, wenn ich wenig Radar im Team habe, der DD lieber, der raus ist, der versucht mit Geschwindigkeit auf die Gegenseite zu kommen, bevor ich mich mit, mit so, mit so einem beschäftige, der eher passiv im Hintergrund, wenn er, wenn er clever ist, fährt und darauf wartet, dass er sich langsam rantastet, dass seine 15 Kilometer Tops komplette Areas denyen, hm, wie ist denn eure Meinung dazu, freut ihr euch da drüber? Meine, mal zum Beispiel meine Eins über alle die, die sich über das Schiff freuen, alle die, die, mit zwei, die sich darüber nicht freuen, das Schiff zu sehen, hm, oder selber fahren zu können. Würde mich mal interessieren, weil ich hab, bin da auch sehr geteilt. Weil das Ding ist natürlich aus dem Spaßfaktor gesehen, Bruder, Unlimited-Möglichkeiten. Na, also die Freude überwiegt, überwiegt schon, ne. R2, Buggys-Anwalt, grüß dich. Freust, du freust dich sowieso über jedes Kriegsschiffchen, okay, du bist einfach zufriedenzustellen, Moni. Ich find noch ein Schiffchen, wo man dich nicht freut, den Menschen mit dir. Aber wie gesagt, ne, eins dafür, wenn ihr, wenn ihr euch drauf freut, zwei, wenn ihr euch nicht drauf freut, ne. Im Moment scheint so ein bisschen die Freude zu überwiegen. Ich glaub, das ist auch dann erstmal, wenn man das erste Mal so in den Geschmack von, von so einem Teppich kommt, so, ne. Ich glaub, dann wird sich das anders anfühlen. Weil ich hatte auch schon die Gelegenheit, gegen so ein Schiffchen spielen zu dürfen, damals. Und, äh, ich hab mal so einen 20-Top-Spread hab ich mal abgekriegt. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Und das sieht impressive aus, Brüder. Also, ich kann euch nur sagen, wenn man gegen so einen Top-Spread fährt, das sieht impressive aus, ne. Das sieht schon auch, da, da sagst du schon Ehre, wenn so ein, wenn so ein, wenn so ein Teppich von der Kita Kami auf dich zukommt, so ein 20-Top-Teppich, da sagst du schon Ehre. Das sieht schon schön aus. Das sieht schon handgeknüpft so, ne. Aus, aus, so, aus Persien. Handgeknüpfter, ne. So, da fühlt man sich dann auch nachher so, ne, wie, wie so der Fußabtreter von der Kita Kami. So, ne, also. Hm, 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 hm. Ich, ich, das Schiff hat natürlich auch das absolute Potential, eines der meistgehasstesten Schiffe zu werden auf 410, ne. No Joke. Ne, also, jeder sagt zwar jetzt, Graskanone und hm, so einfach rauszuholen und so, ja. Lass das mal in gute Hände kommen. Lass das mal in koordinierte Hände kommen. Uh. Ne, und 20 Tops kann selbst jeder Anfänger raushauen, ne. Und 15 Kilometer ist weit. Das heißt, wenn du an einen Cap ranfährst, also diesen 20, 20, äh, Top-Spread wird jeder mal sehen. Bin ich von überzeugt. Ab 9, 7. Ne, und ich glaub, der wird auch schon sehr, äh, sehr so, ne, also da, da entwickelt man schon Respekt, wenn der an einem vorbeiläuft, so. So, sag ich euch. Ist wirklich so. Wie ist die Jean Bart auf dem PC? Ich würd sagen, mittelmäßig gepanzert auf Tier 9. Ne, es ist keine Sowjet-Soyuz, ne. Also es ist kein Panzerschrank, aber es ist okay gepanzert und hat einen ganz guten Punch. Und hat vor allen Dingen einen Reload-Booster, was das Ding echt zu einem sauschönen Schiff macht. Harugumos Strahl ist auch zum Haten, ne. Das ist halt so, das ist halt so die Liebeskombo, ne. Harugumo mit, mit einer schönen Kitakami-Paarung dabei, Bruder. Da geht's richtig ab. Ja, wir haben gestern, wir haben schon die Tage, jetzt schon ein bisschen Scherze gemacht, so, ne. Zwei Haarland, vier Kitakamis und CV. So, der CV treibt die Gegner, das gegnerische Team dann so im CW dann, 10er CW, ne. 7 gegen 7. Treibt dann so das Gegenteam dann so schön zusammen wie so der, ähm, wie so der, ähm, Schäferhund, äh, die Schafherde, ja. Und die Kitakamis dann aus zwei Seiten komplett, äh, ne. Hier so altes Kreuzmuster, auf Kommando, alle gleichzeitig. 120 Topps. So komplett durch alle gegnerischen Schiffe durch. Und dann nochmal. Ach, was kann man damit für ein Blödsinn machen, ja. Ich bringe euch jetzt nicht noch auf mehr Ideen, ja. Sondern ich glaub, wir spielen jetzt auch mal ein bisschen Schiffe, oder? Was sagt ihr dazu? Freut ihr euch denn allein schon auf die, ähm, amerikanischen Schlagschiffe? Ähm, unsere 23 Knoten-Ungetüme. Ich kann die, äh, Jean-Bart auch gerne jetzt mal fahren, ne. Dann kannst du sie mal in Action sehen. Zwei. Jetzt kommt der Lippstadt, schmeißt noch eine Zwei hinterher. Was ist los? Gab's damals schon Teamkill, ja. Das Ding ist deswegen rausgenommen worden. Also das ist, wirklich die Begründung dafür lautete, ähm, wie, dass, 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 dass das Ding rausgenommen ist, weil es halt zu viel Teamkills produziert hat. Und das mit 10 Kilometer Tops damals, ne, also. Das heißt, du musst jetzt 5 Kilometer weniger ranfahren, um reinzutrollen mit 20, mit 20 Tops. Ne, also wenn du als DD davor unterwegs bist, also wenn du als DD eine Kitakami hinter dir hast, ne. Uh, Bruder, du brauchst Augen im Hinterkopf. Hahahaha. Weil, wie gesagt, King-Richard-Taktik, ne. Man trifft ja nicht nur den Gegner, also das eigene Team, man trifft den Gegner ja auch, ne. Und wenn man das dann hochrechnet und man mehr Gegner erwischt als eigene, ne. Dammit. Brandy, Mensch. Ich mag auch die langsamen Schlachtschiffe der Armees. Das heißt nicht, dass ich sie unbedingt fahren muss, will. Das stimmt. Erstmal, erst mal dick Liebe für die Bits, Bruder. Dankeschön. Ähm, ja. Ich würde die auch gerne haben. Ob ich sie dann viel fahre, ist auch eine andere Frage, ne. Aber ich finde es so lustig, äh, dass halt, ja, die dann halt irgendwann vielleicht gleichzeitig kommen, die Kitakami mit dem, mit dem, ähm, mit dem Schlachtschiff-Split und die quasi die optimalste Beute darstellen für diese Schiffe so, wenn es bei den 15 Kilometern bleibt, ne. Dann eiert man schön so auf 13 Kilometer in so ein Schlachtschiff ran, was mit 23 Knoten so auf einen Zug eiert oder auf 15 Kilometer. Was soll er groß machen? Also, er wird sich nicht in Luft auflösen können mit dem Ding. Und das ist halt, spaßig. Ha, 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 ha